Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge von Transport Fever 2. So, ich bin immer überlegen, weil hier so viel los ist, die Straßen irgendwie zusammenzulegen. Komm, wir stoppen das mal hier und reißen das hier mal alles so ein bisschen ab. So, kann man denn jetzt hier einen, nicht Straßendings, so das hier dreispurig, aber ziemlich groß machen hier. So, geht das? Noch größer eigentlich. Ein bisschen kleiner, dass es da vielleicht dazwischen passt. Kann ich hier noch ein Stück wegreißen, ja? Da müssen wir mal gucken, dass der irgendwie hier hinpasst. So, aber das sieht dann ein bisschen komisch aus. Da wird er vielleicht auch hin passen. Ne, dann ist da die Straße wieder im Weg. Müsste man, wenn er jetzt hier hinpasst. Aber da könnte man vielleicht auch ein bisschen größer ziehen. So. 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 Und dann gucken, ob wir hier die Straßen irgendwie so da dran kriegen. So. Das müsste gehen hier auf jeden Fall. So, das müsste auch so dran gehen. Guck. Und die müsste... Guck. 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 Aber guck mal, da ist immer noch dieser blöde Knick wieder da drin. Kriege ich das denn, wenn ich von da weiter anfange, besser hin? So. Ne, da will ich ja nicht dran. Eine Bussspur braucht er auch nicht. Warte, müssten wir vielleicht hier eine Kurve nehmen, so, dann ging es vielleicht noch besser. So. So, und dann gerade dran. So. Ich glaube, das sieht dann doch ein bisschen besser aus. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben noch dieses neue Straßentool. Dies hier. Das ist eine vierspurige. Machen wir jetzt Leitplanken dran. So. Wird das da? Aber das gefällt mir hier noch nicht. Das müssten wir, glaube ich, nochmal wegmachen hier. So. So. Und dann können wir ja direkt die Leitplankenstraße nehmen. So, hier dran machen. Guck. Müsste gehen. Jetzt machen wir mal hier wieder an. Aber wir machen die Ampeln, glaube ich, weg. weg. Ach, guck mal, jetzt ist... Ah. So, wir müssen das anders machen. So, hier. Einspur, nicht nur einbahnstraßenmäßig. So. Guck, dann haben wir nämlich... Da noch die Busspur weg. Da auch. So. Ah. Jetzt füllen wir natürlich noch die Straße. Ja, wir müssten mal gucken, dass wir die... auch noch irgendwie hier dran kriegen. Warte mal. Erstmal... Straße. So. So. und die Mal gucken, ob die von hier aus ein bisschen so nach hier legen können. Und dann hier so rum dran. So, guck mal. Vielleicht kann ich die jetzt auch noch umändern hier in... Warte mal, hier sind mancher. Aber die gibt es nur hier in den Dings. Guck mal. In dreispurig. Aber das müsste eigentlich auch reichen. Ach, hier ist noch eine Ampel. Ach, da ist noch nicht geändert. Oh, ist das schon im Spiel drin? Dass sie die Straßen besser ausnutzen? Ah, noch nicht so ganz, aber fast. Naja, der Kreisel hat jetzt auch nicht gerade allzu viel was gebracht. So wie es aussieht. Aber was soll's. Wir lassen es jetzt einfach so. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir einen richtig schönen großen Platz haben. Hier so. Da könnte man nämlich dann noch ein Einkaufszentrum hin machen. So, mal gucken. Irgendwo habe ich doch das. Ne, das ist... Hier war es auch nicht. Nein. So, was hier? Ne. So, was haben wir denn jetzt hier? Irgendwo habe ich doch dieses Einkaufszentrum gesehen. Gibt's doch nicht. Da ist es doch hier. Guck mal. Klobus. 200. Aber da müssten wir vielleicht erstmal ein paar Parkplätze reinziehen. So. Dann, was haben wir hier für einen Unterschied? Das sind die einfachen. Die sind natürlich schön groß hier. So. Hier sind kleinere. Ne. Doch hier. Na. So. Ja. Aber das sieht nicht so schön aus. Also lassen wir das erstmal so hier. Jetzt gucken wir mal wegen dem Einkaufszentrum. Da ist der Haupteingang. so. So. So wird das schon gehen. Aber dann könnte die Straße auch ein bisschen länger sein. die war das glaube ich hier ne. So. Über den gesamten Parkplatz so. Hier auch noch so ein Stückchen weiter. So. Ein kleines Stückchen nur noch. Ja. Sonst ist das halt auch okay so. So. Dann gucken wir mal hier. Wir haben jetzt die Grauen mit Weiß. Wir haben jetzt die Grauen mit Weiß. Hier vielleicht noch ein paar Parkplätze dran. So. Dann gucken wir mal hier. mit einer schönen Stadtstraße verbunden. Ich weiß nicht ob das geht. Scheinbar geht das nicht so gut. Doch so. Aber. Das sieht nicht so schön aus. Kann man das denn mit diesen Parkplätzen weiterlaufen lassen? Schauen wir mal. Hier so rum ist das nicht möglich. So rum auch nicht wirklich. Da kommen gerade. So wärs möglich. So. Hier dann eine normale Straße. dran. So. So. Hier eine normale Straße dran. Nein, 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 nein. Nicht hoch oder runter. So. Normale Straße dran. Dann wär aber der Dings im Weg. Müsste man jetzt hier den Parkplatz noch ein bisschen länger ziehen. den. Welchen hatten wir denn den, ne? So. Welchen hatte ich denn? gar keinen von denen? Ah, den. Den. Den hatte ich. Guck. Vielleicht nicht ganz so lang. So hier. Und dann die normale Straße da dran. die. Ja, aber da ist immer irgendwie der Baumarkt im Weg, oder? hier. Ja, so ging das schon, aber... die müsste weiter rum. Warte mal, wir nehmen jetzt hier die Straße nochmal weg. So, den Baumarkt auch. So, und dann gucken wir mal, was hab ich denn jetzt hier? Ist doch ein anderer Parkplatz. Das ist doch ein ganz anderer. Mit Bordstein, oder was das war. So. Ah, ich hab den weißen doch gehabt. So. Jetzt gucken wir, dass wir die Straße irgendwie da dran kriegen. So. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir den Baumarkt wieder da hinkriegen. Also nicht den Baumarkt, den Einkaufsmarkt. So, guck. Bisschen drehen. So. Perfekt. So, jetzt müssen wir dann nur gucken, dass die Straße dann hier hinten weiter geht. So, nicht Gebäude, sondern Straße. So. Vielleicht bis hier. So. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hinten noch ein paar Parkplätze hinkriegen. So einzelne wären das. Auch nicht schlecht. Nee, das ist nicht das, was ich meine. So. Einbahnstraße. So. 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 Aber das. So. 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 wieder Parkplätze hin, auch die Großen. Das müsste man mal ausprobieren, so. Nein, das kriege ich auch noch hin. So, machen wir erstmal hier die Straße weiter. So. Guck mal, das würde schon mal passen. So. Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie hier eine Verbindung hinkriegen. Aber irgendwie ist das mit dem Kreiseln nicht gut hier. Es wird immer mehr Verkehr hier. So. Wie kriege ich jetzt da am besten eine Verbindung hin? Ich will ja nichts, aber der sieht sehr komisch aus jetzt hier. So. Mit der normalen Straße. Ausprobieren. Das sieht gar nicht so gut aus mit der Straße hier in Kring. Da sind nämlich die Parkplätze hier im Weg. Da ist dann die Brücke im Weg. Wie kriegen wir das denn jetzt hier am besten hin? Leute. Das muss doch irgendwie hinzukriegen sein jetzt hier. So hier irgendwie. Aber ich habe glaube ich. Hatte ich jetzt. Welche hatte ich denn da jetzt? Ne, das sind kleine. Ich müsste ja die Größe haben. Hat das aber dann der Baumarkt wieder im Weg. Schade. Aber wenn ich den jetzt wegnehme, die Straße auch nochmal wegnehme. So. Und wir dann hier die Verbindung hinmachen. So. Krümmung zu groß. Das passt wieder nicht. Ah Leute. Das ist aber doch echt jetzt hier nicht unser Ernst hier, oder? Brückenpfeiler im Weg. So. Komplette Neugestaltung hier der Sache hier. So. So sieht das gut aus. Finde ich jetzt. So. Jetzt müsste man nur sehen, dass man die Schienen wieder da irgendwie hinkriegt. Sonst. Sonst. So. So. Guck mal. Brückenpfeiler kollidiert. Ja, das ist halt das Problem, ne? Vielleicht, wenn wir es ein bisschen weiter nach da machen. Das würde jetzt gehen. Aber ob die zweite Seite jetzt dran passt. Doch. Doch, die würde auch dran passen. Guck. Ja, dann machen wir es doch so. So haben wir es doch gut hingekriegt. So. Jetzt müssen wir gucken, dass wir noch den Baumarkt schnell dahingestellt kriegen. Die Straße noch schnell fertig kriegen. So. Was hatte ich denn jetzt hier so eine Stadtstraße? Hatte ich doch hier diese vierspurige da. Damit die LKWs auch da hinkommen. So, weiter. Einigermaßen gerade die Straße. So. Und die dann auch weiter. So. Passt zwar jetzt mit der Kurve nicht so ganz, aber was soll ich machen? Ja, müssen wir es dann so lassen. Hier kommt dann so ein bisschen Zeug noch hin. Dass wir da ein bisschen was gemacht kriegen. Und dann gucken wir weiter. So. Das wäre doch schon mal so nicht schlecht. Jetzt ist nur die Frage, kriegen wir von hier eine Einfahrt da rein? Ich glaube eher nicht. Oder? Ich glaube es nämlich auch nicht. Wir könnten vielleicht von hier eine Straße hier hinkriegen. Aber das gefällt mir jetzt auch nicht so, oder? Lassen wir das wegreißen können wir es immer noch. So. Dann würde ich sagen, hätten wir es erst mal bis hierhin. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Euer Donnie. Wir試ern. Wir öffnen. Kr